Guten Morgen ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht ziehe ich den Espresso gerade hinter mir her. Nein, er läuft freiwillig, denn ich bringe ihn jetzt auf die Koppel. Ja, ich bringe ihn jetzt auf die Koppel, weil wir schon geritten sind und er hat seine Arbeit für heute schon erledigt und darf den restlichen Tag auf der Koppel und auf dem Paddock entspannen. Aber ich reite gleich noch in Chagapo. Ach ne, eine Koppel weiter noch. Genau, da wollte ich euch noch mal mitnehmen, weil wir nämlich eine schöne Runde ausreiten gehen und das Wetter heute richtig toll ist. Ja, und da wollte ich euch einfach mal mitnehmen. So Espresso, hab einen schönen Tag auf dem Paddock, auf der Koppel. Der Chagapo wird mir mit Sicherheit auch gleich den Vogel zeigen, wenn ich mir von der Koppel holen will, aber muss er ausnahmsweise mal durch. Sonst versuche ich es jetzt zu umgehen, während der Koppelzeit im Stall zu sein, aber morgens um 5 Uhr im Stall sein, um dann zwei Pferde vor der Koppel zu machen. Puschen! Na, was sagst du dazu, dass wir jetzt reiten wollen? Aber ausreiten, ausreiten ist doch toll, oder? Ja. Gehst du mit mir mit? Gehst du mit mir mit? Danke! Wie ihr ja jetzt sehen könnt, bin ich bereits im Gelände. Er war übrigens überhaupt nicht begeistert, dass wir jetzt reiten, aber gegen eine Runde ausreiten kann er ja auch nicht so viel haben. Was ich euch übrigens auch noch erzählen wollte oder sagen wollte, für dieses Video habe ich von iContext eine Kamera zur Verfügung gestellt, also eine Action-Kamera, die ich jetzt in diesem Video testen werde. Im Zuge der Zusammenarbeit mit iContext habt ihr übrigens die Möglichkeit, 10 Euro zu sparen beim Kauf einer iContext Action-Kamera. Ich werde euch alle Infos dazu nochmal in der Infobox verlinken. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß bei den Eindrücken unseres Austritts. Wie auch immer, jetzt sieht man schon schön einen Misthaufen im Hintergrund. Wunderbar. Der war die Tage auch noch nicht so groß. Ja, viel Spaß auf jeden Fall. Was ihr euch vielleicht denken könnt, ich schneide mir die Action-Kamera jetzt auf den Kopf, auf den Helm und nehme euch damit ein bisschen mit. Hallo, ihr süßen Kühe! Die sind so süß, oder, Pochen? Was meinst du? Meinst du, die kommen zu uns? Meinst du, die frisst dich auf. Man, die sind so süß! See? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also ich hoffe jetzt wirklich, dass euch das Video gefallen hat mit unseren Ausreiteindrücken und bis zum nächsten Video. Tschüss!